Aber da kommen ja noch einige Kaliber am Rack, an den Ringen, dass die 9,537 Punkte von Alexey Demianov sicherlich noch überholt werden. Evgenia Kuznetsova. Jägersalto am oberen Holm, das Umspringen auf den unteren Holm, drauf. Mit viel Schwung in den Abgang, Doppelsalto rückwärts mit ganzer Schraube, ein Zuckerhaarer. Jägersalto am oberen Holm, den in der Gruppe der 75-Jährigen, der Kameran within the Olympic Olympic Dragons. Jelena Kuznetsova enttäuschte ja ein wenig im Einzelmehrkampffinale, als sie an diesem Gerät gerade mal auf 8,875 Punkte kam. Sie ist imstande, wesentlich besser zu turnen, als sie es gestern zeigte. Das hat sie heute gerade eben hier bewiesen. Dann, noch einmal der Abgang hoch hinaus, die Schraube im ersten Rückwärtssalto, den sie in gestreckter Ausführung präsentierte und dann eingehockter Salto hinten dran zum Stand. Und immer wieder nervenaufreibend, der Moment des Wartens. Wie werden die Kampfrichter entscheiden? Die Chinesin Bi Wenjing hatte vorgelegt 9,787. Das ist schon ein Maßstab. 9,412, ein deutlicher Rückstand.